Hi Leute, was geht ab? Zurück zu einem neuen Video von mir. Today is a Vlog Day. Ich dachte mir, ich vlog mal wieder für euch. Habe ich ja jetzt seit Vlogmas gar nicht mehr gemacht. Und deswegen machen wir das heute. Heute ist Montag. Ich habe jetzt gleich einen Termin, deswegen habe ich mich fertig gemacht. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock drauf. Ich muss euch mal sauber machen, sonst erkennt ihr mich nicht so gut. Ja, ich würde gerne drüber reden, aber ich rede nicht drüber, weil es ein sehr für mich unangenehmes Thema ist. Es ist kein Arzttermin oder sowas. Ja, deswegen ist einfach, ich hasse es, wenn man mich vor vollendete Tatsachen setzt und Sachen über meinen Kopf hinweg entscheidet. Das ist für mich das Allerschlimmste. Es gibt für mich nichts Schlimmeres und dann blogge ich auch direkt ab und habe auch gar keinen Bock mehr. Aber trotzdem dachte ich, ich vlogge heute ein bisschen für euch. Nachher kommt mein Freund, wir wollen eine Shisha zusammen rauchen. Wir gucken, eigentlich wollten wir heute Fotos machen. Aber da der Termin erst um eins ist, ich weiß nicht, wie lange es geht, wird es wahrscheinlich schon dunkel sein. Deswegen hat sich das erledigt. Ich glaube, man hört es mir so ein bisschen an, dass meine Laune so ein bisschen im Keller ist. Wisst ihr, ich bin immer ganz ehrlich mit euch, sage euch, wie es mir geht und so. Und heute ist halt nicht der Tag der Tage, weil ich hasse auch neue Dinge. Das kommt hinzu. So, ich zeige euch mal mein Outfit. Ich habe heute einen Tommy Hilfiger Pulli in Rot an. Meine Ohrringe sind vom Primark, weil ich weiß, dass da auch ganz viele nachfragen werden. Die Kette habe ich geschenkt bekommen, genauso wie den Ring. Kann ich euch nicht sagen, woher. Und die Jeans ist vom Primark, glaube ich auch. Ja. Und dazu ziehe ich, glaube ich, einfach... Ich wollte eigentlich meine weißen Air Force anziehen, aber die sind in meinem Auto. Deswegen ziehe ich einfach die hier an. Von Puma. Da ist nämlich auch Rot mit drin. Die sind selbst desigend übrigens. Da war ja dieses Event. Dann muss ich mir noch eine Tasche raussuchen. Und dann geht's los. Aber wie gesagt, Leute, ich habe echt so gar keinen Bock. Weil, ich weiß nicht, es gibt ja viele Menschen, die sind so richtig ready für neue Dinge und freuen sich da drauf. Aber ich bin so ein Mensch, ich brauche so meine Routine. Und meine... Ja, ich weiß nicht, ich kann es euch nicht beschreiben, aber ich hasse es einfach so. Neue Dinge und dann so vor vollendete Tatsachen gesetzt zu werden. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Also für mich persönlich. So würde ich einfach vom Mensch her irgendwie... Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall packe ich jetzt noch meine Tasche. Drücke mir die Daumen, dass das heute da nicht so lange dauert. Ich kann da auf jeden Fall nicht filmen. Ja. Hoffen wir mal das Beste, ne? Ich würde sagen, ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg. So. Also erstmal muss ich mich so ein bisschen selbst beruhigen. Ich glaube, man sieht es mir und dann hört es mir auch an. Immer wenn ich weine und mich erstmal reingesteigert habe, dann ist sowieso vorbei. Dann komme ich da auch erstmal nicht so schnell raus. Ich fühle mich einfach so unter Druck gesetzt und so unverstanden. Und so... Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Keine Ahnung. Eigentlich wollte ich kein Riesenthema daraus machen, weil... Ich halt eh nicht richtig darüber reden will, weil es mir einfach zu unangenehm ist. Aber ich kann mich halt auch nicht da jetzt gleich in mein Zimmer setzen und auf Frieden, Freude, Eierkuchen machen und so tun, als würde es mir super gut gehen. Weil Fakt ist einfach, dass es mir nicht super gut geht. Dass ich mich halt voll, wie ich eben schon gesagt habe, unverstanden fühle. Ich habe so viel Druck auf mir und in mir. Dieser Termin hat es mich besser gemacht. Ja. Ich habe halt auch irgendwie so das Gefühl, dass mir da keiner helfen kann. Und ich habe mich auch echt wenigen Leuten anvertraut. Ich bin eh so ein bisschen speziell, was sowas betrifft, weil... Keine Ahnung. Wir sind halt viele Sachen voll unangenehm und ich rede auch nicht gerne über so persönliche Dinge und sowas. Also ich mache jetzt alles so, was mich betrifft. Ja. Auf jeden Fall fahre ich jetzt erstmal nach Hause. Ich bin schon fast zu Hause. Und dann... Keine Ahnung. Es ist auch schon 10 vor 3. Mal sehen, was der Tag noch so bringt. Ich wollte eigentlich ein paar Fotos machen. Aber ich glaube, das wird heute nichts. Ja. Weil, guckt mich an, wie ich aussehe. Momentan echt dieses Leben. Das ist doch... Einfach schrecklich. Ich habe auch keinen Bock mehr echt. Leute, ich bin jetzt übrigens eine Weile schon zu Hause. Ich habe auch gerade noch mal was gegessen und gucke gerade meine Serie. Ich habe euch auch auf Insta gepostet, dass ich für heute erstmal offline bin. Und habe mein Handy jetzt auf Loop-Modus gemacht. Ich brauche einfach mal Zeit für mich. Weil das ist mir... Ich weiß nicht. Ich kann ja... Euch das jetzt nicht so genau erklären und so, ne. Aber, ähm... Ja. Muss ich mal gucken. Keine Ahnung. Ich dachte, hier ist ein Haar... Äh, ist auch... Mal gucken, was ansonsten halt noch so geht. Ähm... Sollte ich heute nichts mehr vorhaben, werde ich mit euch ein bisschen... Mein Schminktisch und meine Kommoden sortieren. Das guckt ihr immer ganz gerne. Ansonsten müssen wir mal gucken. Also, Fakt ist, das ist ein absoluter Mental Breakdown Day. Mein Kopf tut mir wieder... Der platzt mir, glaube ich, gleich weg. Ähm... Wir müssen auf jeden Fall nachher... Ich sehe ja so schrecklich aus. Das gibt's ja gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall nachher so ein bisschen Me-Time-Entspannung machen. Damit ich mich irgendwann auch immer wieder einkriege. Ich wollte nie so ein Video machen. Never ever. Aber manchmal kommt's anders als bedenkt, ne. Ich muss sagen, wir sind schon besser. Mein Freund war auch gerade hier. Und hat nach mir geschaut, wie es mir geht. Da hab ich mir gerade einen Toast gemacht. Also, esse ich jetzt, gucke jetzt noch eine Folge How to get away with murder. Das ist auch schon halb neun jetzt. Und danach machen wir so ein bisschen Me-Time, hab ich mir gedacht. Ähm... Ich wollte baden gehen. Ich wollte mir mal eine Maske machen und mal Augenpads benutzen, weil meine Augen sind auch richtig gerödelt und angeschwollen. Ja. Ich hatte vorhin auch so kranke Kopfschmerzen, dass ich erst mal eine Kopfschmerz-Tablette genommen habe. Aber jetzt geht's wieder. Ja. So ist das manchmal, ne. Ach, ja. Aber morgen ist ein neuer Tag und dann wird's hoffentlich besser. Ich hab jetzt gerade eine Folge noch geguckt. How to get away with murder. Kann ich euch übrigens empfehlen. Das ist eine coole Serie. Ähm, fand ich echt spannend. Und... Also ich bin noch nicht durch, ne. Aber sie ist echt spannend. Meine Lippen sind so brutal trocken. Und meine Augen sind so extrem geschwollen. auf beiden Seiten. Ja. Das ist natürlich so... Nicht so gut. Wenn ich die zumache, brennen die auch voll. Deswegen brauchen wir definitiv ein bisschen Pflege. Vor ein paar Tagen hab ich mir Augenpads gekauft. Die hab ich noch gar nicht benutzt. Die sind noch in meiner Tasche. Das sind die hier. Die werde ich jetzt auftragen und irgendwas, was meiner Haut gut tut, weil die ist extrem trocken überall. Ähm, ich hab ja meine... Ich weiß gar nicht, ob ich euch das erzählt hab. Ich hab aber meine Komodo aufgeräumt. Also die ersten beiden Schubladen. So sieht das jetzt aus. Hier ist mein Rasiervorrat. Und hier ist eine Wodka drin. Fragt einfach nicht. Keine Ahnung, warum das da drin ist. Genauso wie diese Schotzgläser. Hier ist mein Desinfektionsmittelvorrat. Haargummis und Masken. Ist jetzt tatsächlich nur noch das hier übrig. Ähm, und wenn ich ehrlich bin, hab ich da auch nicht so richtig geguckt, was noch gut ist und was nicht. Also man merkt auf jeden Fall, dass keine Glow mehr ist und dass ich keine Fantreffen mehr mache, weil ich habe keine Pflegeprodukte mehr. Weil ich muss schon sagen, dass ich da immer echt viel bekommen hab. Was ist das für eine? Sieht man das überhaupt, wann die ablaufen? Ich glaub, da steht da gar nicht drauf, oder? 15.03.2017. Aber ist das das Ablaufdatum? Das wär echt nur gut zu wissen, wann die ablaufen. Mindestens haltbar bis siehe Beutelrand. 2019. Alter. Ich glaub, die sind alle gar nicht mehr halb, weil ich schwör's euch, Leute. 2021. März. Okay, die muss... Wir müssen das mal kurz sortieren. Weil, äh, wenn ich, glaub ich, solche Masken auftrage, dann, äh, kann ich mir auch direkt, weiß ich nicht, Schwefelsäure oder so ins Gesicht schmieren. Kommt wahrscheinlich dasselbe bei rum. Das ist eine Bubble Maske. Steht das hier drauf? Nö. Ach doch, hier am Rand. Ne, das ist hier nicht. Das Produktnummer, oder wie das heißt. Keine Ahnung. 2020. Die ist auch abgelaufen. Ist ja eigentlich echt schade drum. 2021. Die ist noch haltbar. Hier steht nix drauf. Und hier steht auch nix drauf. Das ist halt doof. Die meisten Masken haben ja so zwei. Und, ähm, ich glaub, bei denen stand das halt da drauf, wie lang die haltbar sind. Deswegen hab ich jetzt keine Ahnung. 2019. Hm. Das ist, äh, ja. 2019. 2020. 2019. Was ist das? Tagescreme. Steht nix drauf. Steht auch nix drauf. Die 2021, oder? Ja. Ja. Gut. Dann ist mein Maskenvorrat jetzt so ein kleines bisschen gesunken. Ich habe diese drei. Ich hab halt keine Ahnung, wie lang die haltbar ist. Steht hier nicht drauf. Ja, das hab ich jetzt noch übrig. Ist ja jetzt natürlich nicht so viel, ne? Ich muss echt mal wieder Masken kaufen. Ich schmeiß das jetzt lieber mal alles weg hier. Weil ich halt echt nicht weiß, so, ne? Mit Gesichtsmasken ist, glaub ich, dann auch nicht so zu spaßen. Toll. Dann hat sich das mit den Masken jetzt auch erledigt, weil ich hab hier nur viel Off-Masken und ich wollte irgendwas, was Feuchtigkeit spendet. Das ist jetzt natürlich nicht so gut, ne? Ja. Egal. Dann, äh, machen wir so einfach ein... Bisschen Pflege ins Gesicht. Übrigens, ich mach das jetzt bewusst, bevor ich duschen oder baden gehe. Ich weiß noch nicht genau, was von beiden ich mache. Ähm, das mach ich meistens so, weil dann mach ich das nach dem Baden dann so, dass ich mich dann nur noch mit einem Serum oder so eincreme und dann nix mehr für die Haut mache. Ich hab hier so einen neuen Toner von Pixi. Der Milky Tonic Toner. Den wollte ich mal ausprobieren, wie der so ist. Ich mag die Toner von Pixi ja alle richtig gern. wie ich einfach aussehe. So richtig zerstört. Machen jetzt erstmal diese iPads hier drauf. Wie lang lässt man die denn eigentlich drauf? 20 bis 25 Minuten. Ach, Leute. Ich sag's euch. Eigentlich wollte ich so einen richtig coolen Vlog machen. So einen richtig motivierenden. Wo ich irgendwas cooles mache und euch dann zeige. Ja, das ist ja etwas nach hinten losgegangen, ne? Aber ich muss auch ehrlich sagen, so einen krassen Tag wie heute hatte ich schon lang nicht mehr. Ich weiß auch nie, wie man diese iPads drauf macht, ne? Ob die man die so rum drauf macht oder andersrum, keine Ahnung. Ja, also heute war es schon echt extrem. Weil mich diese eine Sache halt einfach wirklich belastet. und nicht so ein bisschen verzweifelt bin. Und ich würde halt auch gern mit euch darüber reden. Aber ich hab nur mit dem engsten Kreis darüber geredet. Und ich hab mit kaum jemandem darüber gesprochen. Weil es mir mega so, weiß ich nicht, ist halt mega persönlich und privat. Ja, keine Ahnung. Alles nicht so easy. Aber ihr kennt das so. Es ist bei uns allen irgendwann mal, ne? Aber ich hab mir meinen 2021 anders vorgestellt. Das sag ich euch. dass das direkt so mit so einem Taustschlag anfängt, hätte ich nicht gedacht. So, ich hab hier übrigens so ein neues Pickelzeug von Neutrogena, Anti-Pickel, SOS, Soforthilfe. Das Ding ist, meine Pickel sind schon keine Pickel mehr, sondern eher so so Wunden, würde ich schon fast behaupten. Ich mach's trotzdem mal drauf. Vielleicht bringt's ja irgendwas. You never know. Ich bräuchte mal irgendwas für meine Lippen. Ich benutze jetzt so ein bisschen BB-Creme. Die benutze ich schon so lange. Ich mag die so gerne. Ich dachte, die wäre fester. Ich hab vorhin getatscht. Und da creme ich mich hier so ein bisschen ein. Weil die spendet gut Feuchtigkeit. Ich hab so viel Haarspray in den Haaren, weil ich heute einen Dutt hatte. Und wenn ich mir einen Dutt mache, hängt immer alles überall raus. Ob das hinten ist, ob das an den Seiten ist. Und deswegen habe ich da heute tonnenweise Haarspray reingeklatscht. Deswegen werde ich mir auch gleich erstmal eine Haarmaske machen. Ja. So. Ich weiß gar nicht, was ich euch noch erzählen oder zeigen soll. Wie gesagt, ich werde gleich baden gehen. Weiß es nicht. Ich muss sagen, ich habe heute das erste Mal in meinen fünf Jahren YouTube auf Instagram gepostet, dass ich mal offline sein werde. Das habe ich noch nie gemacht. Immer wenn es mir schlecht ging oder wenn irgendwas war, habe ich immer gesagt, ey Leute, passt auf, so und so ist es. Deswegen kann ich nicht so viel posten. Aber dass ich es so gemacht habe, wie ich es jetzt gemacht habe, habe ich noch nie gemacht. Und auch daran merkt man, dass es mir momentan einfach nicht gut geht, dass es mir alles zu viel ist und ich mich echt einfach nicht gut fühle. Und ich sehe gerade, mein Lippenöl ist leer. Und ich frage mich gerade echt, ob ich das leer gemacht habe oder ob es ausgelaufen ist. Ich habe auch irgendwo noch ein anderes. Aber ich weiß nicht wo. Also ich muss sagen, das hier ist übrigens von Essence. ist aber glaube ich eine LE gewesen. War nie so richtig mein Faith, weil das die Lippen so stand. Also das färbt die so ein. Die haben dann so einen pinken Schimmer. So eingefärbt. Dauert einen Moment, sieht man aber dann gleich bestimmt. Was soll ich sagen? Jetzt bin ich voll vom Thema abgeschweift. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass wir super viele geschrieben haben, was mich wirklich sehr freut. Ich habe niemandem geantwortet. Ich bin auch kaum auf Insta. Ich bin auch kaum auf TikTok. Ich hoffe, dass mein Tag morgen besser ist und dass es mir besser geht. Ich weiß nicht, wie das sein wird, weil sich an dieser Situation grundlegend ja nichts ändert. Ja, aber man muss halt trotzdem irgendwie versuchen, so positiv zu sein. Weil sonst macht man sich irgendwie auch so ein bisschen selbst kaputt damit, wenn man die ganze Zeit alles so negativ sieht. Egal, in welchem Punkt das jetzt ist. Es ist einfach schon 10 Uhr. Ich muss mal schnell meine Pille mit euch gemeinsam nehmen, damit ich das nicht vergesse. Ja, deswegen hoffe ich, dass der Tag morgen besser ist. Mein Freund und ich wollen morgen irgendwo hinfahren, wo viel Schnee liegt, um Fotos zu machen. Ja, einfach mal rauskommen. Ich kann ja wegen Corona morgen auch nicht so viel machen. das ist auch völlig okay und ich akzeptiere das natürlich auch vollkommen und halte mich an die Regeln. Aber ich muss halt einfach mal irgendwie so was machen. Ich glaube, ihr versteht das. So dieses ständige Zuhause sein und so macht einen auch irgendwann fertig. Und ich habe auch von so vielen gehört, dass sie echt so auch verzweifelt sind und nichts mehr mit sich anzufangen wissen, weil sie halt nur zu Hause sind. Und ich kann das echt schon irgendwie nachvollziehen. Das ist schon irgendwie heftig. Ich sehe die jetzt, wie pink das geworden ist. Krass. Und ich habe eine neue Yankee Candle bekommen. Und ich weiß euch, die riecht so gut. Aber ich glaube, die gibt es nicht in Deutschland. Die haben wir nämlich in diesem amerikanischen Laden gekauft. Aber die riecht so gut. Die ist brutal. Mein Freund mir übrigens gekauft. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ups, jetzt habe ich euch voll geschlagen mit der Eistilflasche. I'm very sorry. Ja, Leute, dieser Vlog ging drunter und drüber. Wir haben absolut nicht viel gemacht. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich wollte so einen richtig motivierenden Vlog machen, euch motivieren und euch so ein bisschen durch meinen Alltag mitnehmen. Das ist halt so ein bisschen nach hinten losgegangen, aber es ist ja öfter so, dass alles anders kommt, als man es denkt oder plant. Wenn meine Mood morgen besser ist, werde ich morgen für euch noch vloggen. Mal gucken, vielleicht mache ich das auch so, dass ich den Rest der Woche so etappenweise vlogge und das am Sonntag für euch hochlade. So eine Art Wochenvlog. Habt ihr da Bock drauf? Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch besser geht als mir und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Bye. Bye.